Ich habe extra für euch meine original Open-Air-Shoes, die ich am Heiteren 2014 angelegt habe. Herzlich willkommen zurück im Living Room. Wir zeigen heute nicht nur Interviews und Impressionen und noch Challenges vom Open-Air-Heiteren, die wir erlebt haben, sondern jetzt schwenken wir auch nochmals die Kamera rüber zu den Orange Young Night. Am letzten Samstag, am 9. August, ist sie bei der Bühne gegangen. Wir haben vorher den ersten Beitrag von diesen Challenges gezeigt. Es geht jetzt von unseren beiden hübschen, zauberhaften Finalisten in die zweite und damit auch entscheidende Runde. Sie haben die Chance, auf ein exklusives VIP-Package zu gewinnen und fette Kopfhörer. Und wer das im Filmquiz empört sich die Überhanden gehabt hat, das seht ihr jetzt. Okay Ladies, liebe Andrea, liebe Isa, jetzt geht es um die Wurst. Wer wird unser Orange Young Night Movie Star? bekommt ein Upgrade in die VIP-Zone und dazu noch die Beats Kopfhörer. Falls ihr das alles abräumen wollt, müsst ihr bei unserem Filmquiz möglichst schnell drei richtige Antworten haben. Und da kommt schon die erste Frage. Wer spielt die männliche Hauptrolle im Film Fuck You Goethe? Isa? Elias Mbarek. Das ist richtig! Okay. Vervollständig der folgende Filmtitel. The Secret Life of. Mit dem Ben Stiller. Walter Mitty. Das ist richtig! Du musst dich nur trauen, Andrea. Ja. Das wisst ihr. Wer spielt die weibliche Hauptrolle im Film Titanic? Kate Winslet. Das ist richtig! Oh, jetzt wird es spannend. Wisst ihr auch das? Welche Sportart macht Sylvester Stallone im Film Rocky? Boxen. Das ist auch das richtig. Und somit bist du unser Orange Young Night Movie Star. Können wir einen Applaus für sie geben? Wooh! Herzliche Gratulation! Ich übergebe dir hier schon mal deine Beatz Kopfhörer. Hier dabei ist auch gerade ein Upgrade in die VIP Zone. Du darfst die Beatz schnappen und schon mal ab in die VIP Zone. Aber auch du, meine liebe Isa, du gehst nicht leer aus. Du hast nämlich den zweiten Preis bekommen. Ich bekomme das hier zugesteckt drüber. Du bist unsere Seriedarstellerin. Und da drinnen versteckt sich, Achtung! Ein 50 Franken Gutschein. Mit dem kannst du hier auf dem Areal konsumieren. Was auch immer du möchtest. Und du darfst nächste Woche schon wieder ins Kino gehen. Denn dann bist du an der Orange Night und darfst dir ein Überraschungsfilme ziehen. Bist du auch glücklich? Sehr, danke. Sehr schön. Ich danke auch dir, dass du mitgemacht hast. Und wünsch dir viel Spass mit Fuck You Goethe. Danke. So, bitte schau uns an. So, das war es schon von unserem Abend hier an der Orange Young Night vom Orange Cinema in Zürich. Es war super und wie ihr seht, wir haben alles nur Gewinner. Wir sind hier Gewinner, weil du Joyce geguckt hast. Love you. Awww, das war aber ein herziger Abschlusssatz von der Tama. We love you back. Und vor allem Andrea, well done. Du bist der absolute Movie Star. Viel Spass an der Orange Night. Und vor allem viel Spass im Kino. Natürlich der Isa auch. Sie ist die offizielle Seriedarstellerin. Auch das hat sich einen guten Gutschein verdient. Und offenbar sind wir wirklich alles Gewinner, wie wir auf Joyce unterwegs sind. Und...